Ja, nach unserem fulminanten Wahlergebnis bei der Kommunalwahl haben wir in den vergangenen Wochen viele Gespräche mit den Grünen und der UWG aktiv für Neues geführt, um herauszubekommen, ob es ausreichend Gemeinsamkeiten gibt für eine Zusammenarbeit in den kommenden fünf Jahren. Für uns war das definitiv der Fall und deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut, dass auch die Grünen am Mittwoch bei ihrer Mitgliederversammlung beschlossen haben, jetzt in ganz konkrete Verhandlungen mit uns und der UWG aktiv für Neues einzusteigen. Aus meiner Sicht ist das eine einmalige Chance für die Stadt Neues. Wir könnten in den kommenden Jahren endlich eine umweltgerechte Mobilitätswende einleiten, mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen und die soziale Großstadt Neues weiter stärken. Jetzt stehen spannende Wochen an. Wir sind gespannt, wie es weitergeht und was als Ergebnis zu Papier gebracht werden kann und werden euch und sie natürlich in den kommenden Wochen auf dem Laufenden halten.